Hochkomplexe Strukturen mit eingeschlossenen Hohlräumen und Kanälen. Das aus einem Stück zu fertigen, war technisch lange Zeit nicht möglich. Aus dem Bedürfnis, modernste Technik und die Kompetenzen unserer besten Fachkräfte zu bündeln, entstand ein einzigartiges Zentrum. Konventionelle Frästechnik in Hightech-Form. Schnell und präzise. 3D-Druck in Kunststoff, Kobaltchrom und Edelstahl. Individuelle Formen in jeglicher Komplexität. 3D-Laserschweißen mit nahezu allen metallischen Werkstoffen. Die Zukunft des industriellen Gestaltens. Das LAC beliefert unsere Labore mit ihrem täglichen Bedarf. Eine einzigartige Spezialisierung, deren Vorteile auf der Hand liegen. Unser intensiv geschultes Fachpersonal konzentriert sich hier ausschließlich auf seine Kernkompetenzen. Ein bedeutsamer Vorsprung in Können und Erfahrung gegenüber universell arbeitenden Zahntechnikern. Gleichzeitig zum eigenen Dentalbedarf fertigen wir erfolgreich für den freien Markt. Hierzu kommt eine der wenigen in Europa verfügbaren 3D-Laser zum Einsatz. Für ein Dentallabor eigentlich unerschwinglich. Aber gemeinsam stemmt man Dinge, die alleine unmöglich scheinen. Für unsere Kunden ist das Verfahren unkompliziert. Ihre produktionsüblichen CAD-Daten übermitteln unsere Datenmanager an die Maschine. Der Laser folgt diesen Daten. Nur ist das Verfahren hier additiv. Metallpulver verschmilzt zu festen Bauteilen. Schicht für Schicht wird neues Pulver aufgetragen und wieder durch den Laser punktgenau geschmolzen und gefestigt. So entstehen in kurzer Zeit hochwertigste Metallteile. Für medizinische Anwendungen verwenden wir in der Regel Titan. Ein Metall, das der menschliche Körper anstandslos akzeptiert. Das Ergebnis erfüllt höchste Materialansprüche. Lunkerfrei, also frei von Einschlüssen mit fast 100%iger Baustoffdichte. Hochpräzise und ressourcensparend in Material und Zeit erreichen wir immer das optimale Ergebnis für unsere Kunden. Vom Prototyp bis zur Serie. Ob in Medizin, Werkzeugbau, Fahrzeug- oder Luftfahrtechnik oder im Schmuckbereich. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Kontaktieren Sie uns. Jetzt. LAC. Eine Kooperation der Handrich Dentalgruppe. intersectionen Hmm. ey direkts ja 아댓